V.I.D. Kavtitschnik, V.I.T.I.T.N.I.K. ist ein slowenischer Handballspieler, der beim französischen Verein Montpellier Handball auf der Position rechtsaußen spielt. Karriere Kavtitschnik spielte für RKW Lenje, bevor er in der Saison 2005-2006 zum deutschen Erstligisten THW 4 kam. Dort teilte er sich die Position mit Christian Seitz. Zum Saisonende 2008-2009 verließ Kavtitschnik den THW. Zusammen mit seinem Kollegen Nikola Karabatic wechselte er für 1,5 Millionen Euro Ablösesumme zum Montpellier HB. Beide hatten mit dem THW gültige Verträge bis 2012. Er hat bisher 149 Länderspiele für die slowenische Nationalmannschaft absolviert und dabei 422 Tore geworfen. Zuletzt war er bei der Weltmeisterschaft 2013 in Spanien dabei. Privates V.I.D. Kavtitschnik ist verheiratet und hat eine Tochter. Erfolge Französischer Meister 2010, 2011, 2012 Französischer Pokalsieger 2010, 2012, 2013 Französischer Liga Pokalsieger 2010, 2011, 2012, 2014 und 2016 Champions League Sieger 2007 mit dem THW Kiel EHF Champions Trophy Sieger 2007 mit dem THW Kiel Deutscher Meister 2006, 2007, 2008, 2009 mit dem THW Kiel DHB Pokalsieger 2007, 2008, 2009 mit dem THW Kiel DHB Supercup Gewinner 2005, 2007, 2008 mit dem THW Kiel Bester Rechtsaußen und somit im Allstartteam der EM 2004 Slowenischer Vizemeister 2004 Dritte Platz in der slowenischen Liga 2001 und 2002 Slowenischer Pokalsieger 2003 Slowenischer Pokalfinalist 2004 Bundesliga Bilanz